Gut, ich kann die Welt von unten betrachten. Gut, ich könnte vielleicht... So? Ja, so könnte ich das irgendwie hinkriegen. Also ich müsste ja eh nur die Anfangs- und Endpunkte setzen. Ja, machen wir das dann richtig, wenn wir da fertig sind. Sieht das nicht allerliebst aus. Also irgendwie wollen die Bräktors mir wahrscheinlich kommunizieren, dass sie keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Oder einfach keinen Bock mehr haben, Dreck in der Gegend zu sch... zu schaffen, Füllen. Könnte auch wirklich gut sein. Und da sind sie wieder alle weg. Dreck holen. Dreck! 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 Was ist das? Oh. Huh? Him! 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 Ah ja, wieder ungerade Zahlen. Warum das? Hier sind keine Steinreste. Hm. Okay, scheint sich selber wieder gefixt zu haben. Oder auch nicht. Da sind jetzt 51 Steine drin. Wobei, das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass hier Steine rumliegen. Du da, sammle deine Steine auf. Das kannst du sogar von hier aus. Ich weiß, dass du das schaffst. Was machst du denn? Oh! Eine sehr interessante Musterung. Okay. 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 Yep. Okay. Also das sieht langsam aus wie ein Labyrinth, wobei jetzt sieht man die Tetris-Symbole nicht mehr in der Erde, sondern in den Erdzwischenräumen. Hier eins, da eins, da ist das lange. Äh, ja, das war's jetzt größtenteils. Toll, dass ihr die Löcher füllt, ihr könntet aber auch mal ein bisschen ordentlicher shoppen. Vom Rand her füllen. Okay. 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 Oh Mann, macht die hier gerade in Chaos, ey. Naja, Hauptsache, ihr bringt die Steine irgendwie ins Lager, ey. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Ah, es ist schön zu sehen, dass sich unsere Steinvorräte etwas füllen, wenn auch durchschleppend. Vor allem, wenn sie vom Rand aus füllen würde, dass dieses Problem mit dem stilligen Ohr- und Unterhubsen lösen. Oh nein, sie machen es sich lieber schwer, meine Breaktrons. Na gut, wenn man von manchen den Gesichtsausdruck sieht, dann versteht man auch warum. Oh nein, das ist ein Problem. Oh nein, das ist ein Problem. Ah, langsam schütten sie die Tetris-Steine auch zu. Aber guckt, wieder der totale Schweizer Käse. Okay, währenddessen hol ich mir mal einen neuen Pfletten. Task. So. Gut. Dann kann ich nämlich später dann von hier drei Leute abziehen, die dann hier füllen. Oh. Ja. Also ja, wir kommen heute ziemlich weit noch. Wobei eigentlich nicht, wenn ich mir überlege. Ich glaube, wir haben... ...ne, halt. Wir haben das hier gefüllt. Also, der Bereich war gefüllt und wir haben das hier. Gerade waren wir beim Füllen. Den Bereich hier ungefähr. Dann haben wir ihn ja hier rüber verschoben. Jetzt haben wir ihn hier hoch verschoben. Ah, da haben wir doch ein bisschen was geschafft. Also was heißt, wir, die Bricktrons, haben das hauptsächlich geschafft. Und wir schaffen sie auch bald noch. Wo willst du hin? Ich gebe dir einen direkten Befehl. Komm. So. Reingemacht. Das ist nämlich auch so ein Mysterium, was ich nie verstehen werde. Warum die direkten Befehle manchmal einfach resettet werden. Und ja, ich weiß so. Soll man das Spiel normalerweise auch gar nicht spielen? Aber welche Wahl hat man, wenn man hier so viel micromanagen muss? Wenn die Bricktrons manchmal komisches Zeug machen. Und das non soạtig? Oh, möchte ich nicht sagen. Hallo. 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 So, dann füllt ihr damit mal auf, während ihr hier oben auffüllt. Oh Gott, ey. Oh Gott. Hebt das einfach irgendwie auf. Das wird ja schon irgendwie gehen. Oh Gott. 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 Hey, Bärsteine. Ey, da liegt wieder ein Steinchen rum. Warum hat niemand aus den Steinen ein richtiges Dodika-Jetron gemacht? Ist ja doch lustig gewesen. Oder ein Snowdeca-Jetron. Wer bei der Undertale-Let's Play gesehen hat. Oh, ihr seid hier wieder fertig. Dann dürft ihr hier weitermachen. Sie sind hier in der anderen Heyers. Wollt ihr zäuner? Oh, wenn ihr zäuner seid? Jetzt sind wir gar nicht mehr. Wenn ihr zäuner seid, sie macht ihr vielleicht ein Update. Gut. Was läuft jetzt? Wieder richtig rund. Das da nicht so wirklich. Aber ja. Ich würde sagen, wir speichern hier trotzdem erst einmal. Das ist Projekt 2. Override. Und dann machen wir hier erst einmal einen Cut. Also. Bis gleich. Bis gleich.